Legen wir den Hebel um. Na komm. Der Hebel rührt sich nicht, ich muss den Druck erhöhen. Pass auf, der bewegt sich gleich und haut uns richtig offen. Oh, wow. Und tot. Das verstehe ich noch nicht ganz. Der hat aber ein paar Kralle. Der hat aber ein paar Kralle zum Kraulen. Das kannst du aber wissen. Okay, ich finde es doch sehr interessant. Aber auf der anderen Seite. Muss ich aber auch ehrlich sagen. Das ist so random. Wie die Dinger hoch und runter fahren. Ich war von allen Seiten eingestossen. Ich wollte bei ihm durchrennen. Aber irgendwie war es das. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Das war's. 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 Wir haben. Das war's. Das war's. Das war's. Hey. 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 an der Wand. Das war's. 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 Oh, yeah. Okay. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Bei Daylight. Das war's. 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 Frau Maria. Das war's. 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 Was liegt da drinne? Also. Ok hier geht's um die Weitung. Wo geht's weiter? Hm. eventually このlands Haus. Das ist alles. Der Estrad ist noch da, hier geht es nicht durch. Da werde ich erstmal nochmal ein bisschen drüber nachdenken, erstmal ein kurzes Päuschen machen für mich und dann weitermachen. Ja.